Die Menschen verbinden leider Europa häufig nur mit dem Krümmungswinkel der Gurke oder mit Bürokratie. Dabei ist die europäische Idee so groß. Europa sollte sich nicht selbst klein machen. Europa sollte sich auf die großen Fragen konzentrieren, auf den Klimaschutz, auf Flüchtlinge, auf die europäische Verteidigung. Denn das sind Themen, die wir heute nicht mehr national lösen können. Meine Frage an Sie, welche Aufgaben sollte stärker Europa übernehmen und welche Aufgaben eher die Regionen, also auch das Land?